hallo meine lieben lauffreunde ich begrüße euch zu einem neuen video auf meinem kanal heute der vorletzte tag der 29 tag der 30 tage challenge und ja ich bin heute mal ein bisschen anders gelaufen und zwar im schlosspark charlottenburg also ich bin von der arbeit aus bis dahin gegangen und dann bin ich die strecke mit rucksack gelaufen und ja da war meine wechselwäsche drin bin diese runde hier im schlosspark zweimal gelaufen das sind also eine strecke sind 2,78 kilometer also über fünf kilometer hier im schlosspark und die weitere runde bin ich dann von hier unten auch wieder aus dem schlosspark nach hause gelaufen das sind noch mal 2,77 macht zusammen 8,33 kilometer und ja ich bin wirklich wir gucken uns jetzt mal die zahlen an zum ende hin auf meinem leichtesten gewicht sowie wir sehen jetzt hier hier unten 92,7 kilo das sind exakt 8 kilo die ich abgenommen habe 92,7 kilo und nach dem lauf 91,7 das entspricht auch dem niedrigsten gewicht eingestellt was ich schon mal vor knapp einer woche hatte gelaufen 8,33 kilometer in 49 minuten 87 auch hier der niedrigste bauchumfang 100,4 aber es geht halt tatsächlich nicht mehr runter den hatte ich auch schon mal hier zweimal gehabt der beinumfang beziehungsweise oberschenkel umfang ist mit 65 cm auch auf dem niedrigsten stand und schritte anzahl mäßig 13.672 aber da kommen noch einige dazu vielleicht kann ich naja ich glaube es werden ungefähr noch vier bis 5000 schritte dazu kommen also ich werde den wert von gestern nicht toppen so ja was können wir sagen über die ich denke mal richtig bilanz sehe ich dann morgen dann werde ich noch mal alles addieren was wir erreicht haben gemeinsam ja ihr habt ja mit mir das zusammen durchgestanden also ich bin auf jeden fall super zufrieden mit mit allem mal schauen vielleicht kann ich morgen tatsächlich noch mal richtig rein knallen bezüglich des laufens weil morgen werde ich nach dem aufstehen laufen und ja da schauen wir dann noch mal was ich morgen zeitmäßig dann noch mal packen kann also bisher die beste zeit 5,47 an geschwindigkeit die ich gelaufen bin und ja bei einer strecke von 7,75 ja ich muss mal gucken wie ich das morgen mache was für eine route ich mir ausdenke also das wetter soll auf jeden fall gut werden ich kann ja mal hier gucken was wir hier so für routen noch haben für morgen so was haben wir hier 7 zu 10,2 das ist die route da 8,14 das wäre eine möglichkeit da laufen wir sehr viel im park und das ist sehr angenehm was war denn das hier für eine route okay das war eine erweiterte arbeitswegroute 7,5 7,6 warte mal wo war denn jetzt die 8 8,14 da muss ich noch mal ganz kurz rein gucken was das für eine route ist ja okay da muss ich auf jeden fall auch über die brücke das heißt hier eine brücke da eine brücke da da geht es immer schön berg hoch ja ja vielleicht glaube ich diese route morgen um noch mal ein zeit rekord herzustellen schauen wir schauen wir mal lassen wir uns überraschen also ich sage dann jetzt erst mal macht's gut und wir sehen uns dann morgen wieder im nächsten video im nächsten laufvideo und dann erst mal auch im letzten laufvideo weil morgen ist die challenge zu ende dann können wir noch mal bilanz ziehen und ja ich sage dann tschüss und denk dran bewertung da lassen so oder so je nachdem wie es euch gefällt gerne einen kommentar ob ihr gedacht hättet dass ich das so durchziehe und ja dann falls ihr mich noch nicht abonniert habt gerne auch ein abo da lassen und ich halte euch auf dem laufenden was meine trainings und auch gewichtswerte anbelangt werde ich euch weiter mitteilen also macht's gut bis dann tschüss abonniere ichgio das jetzt gut auch aus